Hallo liebe Leute, das Jahr hat begonnen und wir haben euch was Wichtiges mitzuteilen. Es gibt Neuigkeiten. Ja, wir wollen ja bald wieder Konzerte für euch spielen und wir wollen auf Tour gehen. Und bisher waren wir ja zusammen mit Anna R. und mit der Julia unterwegs und es hat sich ein bisschen was verändert. Die Anna R. hat ein Solo-Album gemacht und wird sich in diesem Jahr darauf konzentrieren. Aus diesem Grund haben wir uns eine neue Sängerin geholt, nämlich Antonia. Antonia. Antonia ist eine alte Bekannte und wir freuen uns ganz besonders darauf, mit ihm zusammen Konzerte spielen zu können. Und ich erst. Es wird mir eine Ehre. Ich bin Antonia und bin überaus glücklich, dass die Sillys mir nochmal Asyl angeboten haben. Und es ist eine riesen Herausforderung, mich mit diesem Song-Material auseinanderzusetzen. Und deswegen freue ich mich unbedingt nicht nur auf diese neuen Lieder, für mich neue Lieder. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesen hervorragenden Musikern und auf euch. Und es wird mit Sicherheit sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf euch. Kommt in die Konzerte. Wir sind ab früher auf Tour. Bis dahin. Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann.